Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu 7... Was? Dead Rising! Wir müssen erstmal einen neuen Psycho eliminieren. Wir haben sogar die Dildo-Maschine. Oder die Luz-Kanone jedenfalls. Die Dinger waren richtig gut. Deswegen nehme ich die auch mal mit. Beziehungsweise eins davon. Ich brauche aber meine spezielle Waffe. Weil ich finde die wirklich echt... Also, sorry, aber... Die ist... In meinen Augen ist die OP. Okay, das war eins zu viel. Ja, die Klatscher. Weg damit. Dann nehme ich lieber... Eins zu viel ist eins zu wenig mit. Und wir schauen mal... Was dieser Psycho jetzt ist. Psycho. Wenn ich immer Psycho lese oder sowas, dann muss ich an Psycho Mendes denken. Metal Gear Solid. Da müsste ich eigentlich auch mal weitermachen. Boah, hab ich da jetzt Bock drauf. Boah! Wir waren beim Metal Gear Solid 2, wa? Ja. Da müsste ich weitermachen. Das kommt aber auch sicherlich noch. Keine Sorge. Papa macht das schon. Aber erstmal, wie gesagt... Projekte loswerden. Weil das sind auch wirklich... Also... Ich setze mir wirklich Meilensteine. Jetzt mittlerweile. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Metal Gear Solid ist für mich so ein Meilenstein, wo ich sage... Das muss... Let's Play werden. Das... Das muss einfach sein. So. Leck mich am Arsch. Fuck this shit, I'm out. Doch, doch. Hier schaffen wir alles. So, was haben wir hier Feines? Party-Handschuhe. Okay. Bestimmt Spielzeug. Und Boxhandschuhe. Mann! Ah, da kann ich mir schon was vorstellen. Bitte was? Ich hab... Na ja. Warum nicht? Schlechter ist... Ja. Nicht schlecht, aber... Was will ich nämlich so ein Quietschendinger? Kommt mal her. Oh, ein Powerschlag. Alter, wie schnell der schlagen kann. Alter. Schaut ihr das mal an. Ich unterschätze nie wieder die Dinger. Leck mich am Arsch. Ist ja richtig gut. Ich bin am... Falschen Eingang, oder? Ja, ich müsste von hinten dran. Also... Von hinten rein. Nee. Das klingt alles so falsch. Ich müsste von der anderen Seite... Das klingt doch für mich schon wieder... ...ziemlich durchgedreht. Gut, ich nehm die Pistole einfach mal, die goldene. Das klingt nicht sehr geil da drin. Oh, hey, endlich. Ich rufe schon seit Tagen nach dem Service. Service? Alles okay? Ja, die Haushaltshilfe ist vor Tagen weg. Du bist echt spät. Und ich bin nicht okay, okay? Willst du mich zum Superbad runter und, äh, Batterien für die Fernbedienung und, äh, Chips besorgen? Du sollst deinen Schlüssel zum Waffenarsenal haben. Den brauche ich. Dort draußen läuft ein Zombie-Ausbruch. Weißt du überhaupt was davon? Äh, der muss hier doch irgendwo sein. Äh, da ist er. Genau hier. Toll. Kannst du ihn mir geben? Hey, du musst mir den Schlüssel geben. Die Waffen aus dem Waffenarsenal könnten Dutzende von Leuten retten. Eigentlich, weißt du was? Ich glaube, ich brauche etwas Ruhe. Verstehst du? Alter, es geht Quatsch hier. Ach, ich bin nicht gut. Mach mich gleich. Ich glaube, du gehst jetzt lieber, okay? Was ist das für ein Arschloch? Oh, oh, what? Ja, das ist ja... Die sind ja ehfach. Also, hoffe ich mal. Alter, die Dinger sind ja richtig cool. Davon will ich auch ein paar haben. Ja, komm da raus aus dem Ding da. Ja, ist ja easy. Bis jetzt. Ich dachte, das ist eine Gatling. Was sehe ich denn schon? Bitteschön. Das war dein Geburtstagsgeschenk. Huch. Ich verstehe nicht, warum du mich nervst. Weil du mir endlich mal... Zombies sind wenigstens leichtere Seele. Das stimmt allerdings. Weil es sind nicht sehr einfach zu treffen. Nein. Alter, wie viel hat da von die Dinger? Das geht mir gar nicht. Wie viel hat da denn? Stirbst du endlich, damit ich pennen kann? Stirb doch du. Bleib ruhig, ja? Ich bleib nicht ruhig. Du gibst mir mal sofort den Schlüssel und fertig. Hat mir leid. Wolltest du was? Ja, den Schlüssel. Komm schon. Du langweilst mich. Du mich auch langsam, weil es ist zu viel. Ich muss ausruhen. Also kannst du mal damit aufhören? Ah, jetzt bin ich wirklich genervt. Oh, ich hab genug von dir. Stirb endlich. Das hat aber auch überall diesen Scheiß, ne? Also sicher ist es, definitiv. Da muss man, äh... Schon mal... ...ein paar Worte verlieren. Was muss ich denn hier machen, bitteschön? Spüre Teddy auf. Ha, 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 ha. Ach, ich muss das Haus durchsuchen, oder nicht? Oder wie? Oder wo? Oh, du solltest aufgeben, weißt du? Das war's. Du kannst dich nicht mehr lieben draus. Wird das der Stirn irgendwie? Oh, nee. Hau ab, du Vogel. Ja, ich dachte, das ist, äh... Oh. So, ein Schuss nämlich. Aber ich mag schon. Stattdessen sitzt du hier und nass mich mit dem Scheiß. Okay, das geht nicht. Worum auch immer. Na gut. Wo könnte er denn noch sein? Hier definitiv nicht. Boah. Dann ist er... Ja, da ist er drin, aber da komm ich ja nicht rein. Das ist ja das Problem. Oder ist er hier? Äh... Nein. Tja, hier ist ein bisschen viel los. Oh, wird da drin. Hm, geht nicht so wirklich. Komm ich nicht so wirklich rein. Man kann's ja mal... Achso, das ist für die. Achso, na gut. Ich dachte, das ist für... Ja, hätte das sein können. Tja, wie komm ich denn da rein? Weil irgendwie komm ich da nicht so wirklich rein. Das ist die dümmste Zeigung-Mission überhaupt. Ich will es nur mal gesagt haben. Wie komm ich denn hier bitte schön rein? Du nervst mich langsam, Kumpel. Diese Leute brauchen den Schlüssel. Tja, wie mach ich das? Oh, komm schon dran. Komm hinter dem Spielzeug vor. Muss ich weiter das irgendwie eliminieren? Also diese ganzen... Scheint wohl so, ne? Ich weiß es nämlich nicht. Komm schon. Du langweilst mich. Hör auf. Geh endlich. Nein. Spüre Teddy auf. T-t-t-t. Er ist da drin, aber ich krieg den doch nicht. Oh, äh, ich hab genug von dir. Stirb endlich. Wie da ist, wenn du einfach mal stirbst? Ich hab noch mehr. Schlimmer als Insekten. Ja, du schieß weiter drauf. Warum lässt du mich nicht schlafen? Weil ich keine Lust hab. Alter, das sind ja lästige Viecher. Ich hab genug von dir. Stirb endlich. Zombies sind wenigstens leichtere Ziele. Hä? Bin ich doof? Ich muss da unten rein. Hier. Hä, 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 hä. Das stand... Verarschen. Ich muss da erst... ran. Wenn ich dich bei Ronda... Mach ich später. Äh, und jetzt muss ich diese Dinger... Kann man das nicht gleich machen? Nein, ne? Spüre den Arschloch auf. Blau. Ich reiße dir deinen Arsch auf. Das werd ich machen. Alter, gehst du mir auf die Nüsse? Sag nicht, da ist draußen. Ach nee, da ist es hier. Wollte schon sagen. Lass mein Zeug in Ruhe. Geh näher, ich komme desto veragert er will nicht. Wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Willst du nicht gehen? Dann bleib. Für immer. Bist du wirklich so faul? So, bitteschön. Hey, warum schaltest du das aus? Weil ich den Schlüssel brauch. Stirbst du endlich, damit ich pennen kann? Bist du so blöd, dass du so fett sein musst? Was? Ne, haut nicht hin. Nein, 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 bitte nicht wehtun. Hau ihn weg. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das war's. Ich eliminiere 10.000 Hubschrauber-Modellblatdinger, um hierherzukommen, damit ich den Schlüssel bekomme. Und jetzt stirbt er mir einfach hier so weg. Einfach so, scheißt sich in der Buchse und fertig ist. Fakt ist, I'm out. Das war ja der Lämste. Oh, ne Witz. Das war ja da. So, ja, aber das war ja da. Dümmste. Boss, den ich jemals hatte. Ehrlich mal. Oh, fuck. Ne, jetzt mal ohne Witz. Was war das? Ich mein, ich hab doch, ich bin doch, also ich... Weißt du, ich pack mich voll mit Waffen. Mit Munition. Weil ich mir denke, okay, ich zeige mich schon. Hey, wow, cool. Jetzt geht's aber rund. Jetzt, aha, jetzt machen wir aber den kalt. Und der stirbt mir einfach weg. Du, durch, 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 falle oder irgendwie sowas. Was soll das? Wow. Okay, ich geh ja schon. Es. Der Armee-Typ. So, Wuster lebt immer noch. Wie hat er das gemacht? Das war richtig gut. Respekt. Nimm dir, was du brauchst. Danke dir. Das ist, äh, Sturmgewehr. Ja, dann nehm ich lieber. Pistole. Nö, das lass ich so. Äh, Dankeschön. Warte, was haben wir hier drin? An der Schroßflinte. Ja, könnte ich die Waffe kombinieren? Nimm dir, was du brauchst. Das ist da immer noch. Respekt. Ich verstehe den Mini-Bot. Diesen. Den, den, den. Nee, verstehe ich. Nee, verstehe ich nicht. Also, ich bin jetzt nicht schlau draus geworden aus diesen... Psycho. Weil ich mich erst drauf gefreut hab. Und jetzt... Okay. Moment mal. Moment mal. Damit komm ich besser klar. Boah, das ist aber auch echt ein bisschen viel. Was machst du denn? Mach doch einfach mal, was ich sage. Da komm ich ja gar nicht weiter mehr jetzt gerade. Das ist so scheiße. Ich merke gerade. Zumindest, weil es nicht schon was praktisches ist. Nee. Äh. Ganz kurz. Sprich, ich muss jetzt wieder zurück. Hauptdeutsch. Nö, muss ich nicht. Aber trotzdem danke. Das stimmt allerdings. Ich weiß, es ist richtig gut. Damit kommst du richtig schnell voran. Geht auch ziemlich schnell kaputt, wie man sieht. Aber... Läuft. Da kann ich sogar zurückfahren. Und kann mir eine neue bauen. Ich bin gerade echt schon ein bisschen... Ja, dann nimm halt das Bier mit. Ach, dann nimm halt mit, was du willst. Mein Gott. Ich... Brauche einen Plan. Wo bin ich denn jetzt? Äh. Ich komm doch da nicht hin. Weil das ist blockiert und... Ausnahm, da komm ich nicht hin. Lass mich jedenfalls da hin. Ähm. Ja, weiß ich nicht, wie ich fahren muss. Warum kann man sich dann hier was zusammencraften, weil man nicht weiß, wo man langfahren muss? Versteh ich nicht so ganz. Alter, Alter. Oh, ich kann hier drüber springen, sehe ich gerade. Oder? In meinen Träumen vielleicht. Wo ist hier? Alter, die... Weiße tropft richtig. So gut verschmiert ist die. Oh. Dadurch kann man also. Ich weiß, irgendwie... Moment mal, hier gibt's doch... Topline. Look, Vogelbär. Ich glaub, das hat die schon. Nee, Knödel, Lägerbären, Rollstuhl. So. Hä? Hm. Ja, 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 ja. Lass mal... Ein bisschen Ruhe. So. Komm ich hier rein? Natürlich nicht. Komm ich hier rein? Natürlich nicht. Komm ich... Ach, lass mich doch, Arsch. Daneben nicht. Was steht denn hier alles? Nehme ich mir doch gleich mal sowas. Oh. Abkürzung. Uff. Boah. So. Jetzt fahr ich wieder falsch. Ich krieg die Kreise hier. Ich muss hier... Zurück. Links, rechts. Geradeaus. So. Hier lang. Da muss ich rechts. Da muss ich wieder rechts. Ich sag dir, ich müsste wieder rechts. Mit dem Ding zu springen, ist es nicht so einfach. Äh. Zum Glück hatten wir ihn gleich wieder im Auto. Huch. Scheiße. So. Jetzt. Gerade durch. Immer gerade durch. Gerade, gerade, gerade. Immer gerade. Boah. Das ist aber auch wieder so viel hier. Gut. Aber ich würde sagen, ich mach dann davor. Vor der Mission, denk, wieder, äh, die Aufnahme. Und wir sehen uns dann also im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Komm mit dir ran. Oh, scheiße. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Komm mit dir ran. Und Spaß dabei haben. Wir sehen uns dann also. Bis dahin. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020